Saurons Armee wurde nach Mordor zurückgedrängt. Doch Mittelerde kann erst aufatmen, wenn der eine Ring zerstört ist. Ganz genau. Sauron-Fährscharen müssen aus Mordor gelockt werden, damit der Ringträger seine Aufgabe erfüllen kann. Okay, bist du fertig Galadriel? Danke. Ja Leute, damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu die Schlacht um Mittelerde 1. Ja, wir haben Mordor zurück nach Mordor gedrängt. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Habe ich das gerade wirklich gesagt? Okay, reden wir einfach nicht drüber, Leute. Reden wir einfach nicht drüber. Gut, wir können jetzt mit den Menschen des Westens hier nochmal ein bisschen durch die Landen ziehen. Und ich würde sagen, da wir mit Rohan ganz schön viele Verluste gemacht haben, stocken wir die erstmal ein bisschen auf. Und kümmern uns, glaube ich, erstmal um die Gebiete hier hinten. Heißt, Rohan zischt erstmal wieder ab. Mit Gondor können wir dann hier in die Richtung weiter vorrücken. Ich würde sagen, wir gehen erstmal... Kommt zum Droadanwald. Wir arbeiten uns hier Stück für Stück vor. Wir werden jetzt noch die Reste von Mittelerde zurückerobern und dann geht's zum Schwarzen Tor. Der Droadanwald ist ein uralter Wald an den Nordhängen des Weißen Gebirges. Okay, mehr gibt's anscheinend dann auch nicht darüber zu sagen. Besiegt alle Truppen Mordors! Haltet die Augen offen! Wir müssen die Wälder schützen! Zurück in die Felsen! Gut, die Bogenschützen können oben auf die Festungsmauern. Und wir machen wieder hauptsächlich Rohirrim, würde ich sagen. Ich bin bereit! Ich glaube, da sind wir bisher ja immer ganz gut mit gefahren. Ohan darf nicht fangen! Abgesehen von der Schlacht von Minas Tirith, da war das ein bisschen kritisch. So, wir haben ja noch Punkte. Andoriel habe ich mir ja geholt. Heißt, wir könnten jetzt... Ich glaube, wir sparen noch auf die Armee der Toten, ne? Komm, das ist nicht mehr viel. Es ist echt nicht mehr viel. Mal die Adler. Was kosten die Adler? Hm... Okay, kosten insgesamt aber mehr. Wir gehen erst auf die Armee der Toten und danach die Adler. Was wir die wenigstens zur Schlacht am Schwarzen Tor noch mal sehen. Also die Adler meine ich jetzt, ne? Ist hier nirgendwo noch ein Vorposten? Vorwärts! Folgt mir! Folgt mir! Ich steige hier mit fünf Bataillonen auf, okay. Wir reiten! Das könnte ein bisschen dauern. Ich glaube, dort ist der Feind. Rohirrim! Beeilen wir uns! Okay, hier ist bloß ein Lager. Beeilen wir uns! Wo ist denn der Feind? War das ein Troll? Warte mal, ist das ein Gegner? Beeilen wir uns! Jo, da zache, hier steht einfach ein so ein Troll rum. Macht euch kampfbereit! Die Schlacht wartet! Reitet! Ich muss erst mal gruppieren hier. Ich glaube, dort ist der Feind. Die Schlacht wartet! Lasst uns ausjagen! Wir können die Stallungen jetzt... Ah, ja. Oh, 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 hallo. Das sind Ruhen, Soldaten. Nieder mit euch, ihr Bestien! Pfeile! Menschen der Rittermarkt! Ja! Folgt mir! Sie haben angegriffen! Reiten! Rohan darf nicht untergehen! Okay, sehr schön. Gibt gleich noch ein paar Ressourcen. Aber wo sind die ganzen Vorposten hier, diese Siedlungen? Habe ich eine gesehen jetzt? Haltet die Augen offen! Tod allen Feinden! Haltet die Augen offen! Weiter, weiter! Das ist das Lager des Feindes! Wo denn? Die Schlacht haben ein neues Gehöft! Wir sind im Schatten! Wir haben ein neues Gehöft! Los, knallt die weg! Knallt die weg! Sehr schön. Oh! Oh! Ey! Zu die Tür! Zurück zur Festung! Mache ich Upgrades? Ich glaube, ich könnte auch auf Upgrades pfeifen und die einfach beim nächsten Gefecht machen. Wir haben ein neues Gehöft! Heißt, jetzt einfach nur Rohirrim raus spammen. In Deckung, Männer! Okay, das haben die hier alles relativ unter Kontrolle. Wir Hobbits müssen zusammenhalten. Wir Hobbits müssen zusammenhalten. Lasst uns Orts jagen! Ja! Rohirrim! Der Feind ist nah! Die Männer, der Gehöft ist fertig! Schützen erledigt das! Der Land versinkt im Schatten! Los! Mögen sie hier verfaulen! Nell! Wir müssen unser Land verteidigen! Jagt sie aus diesem Land! Männer Rohans! Lasst keinen am Leben! Ha! Feuert! Werft sie alle nieder! Unser Leid zu kämpfen im Schatten! Oh, Hirrim! Feile! Erfahrt! In Deckung, Männer! Wir müssen diesen Übel toten! Dies ist unsere Stunde! Die Schlacht reifft ihr an! So, Mero Hirim! Schön rausballern jetzt! Einfach nur Masse! Vorwärts! Reiter der Bahn! Um den Rest kümmern wir uns später! Ja! Ich habe immer noch kein Lager von denen gefunden! Sind bloß ein Haufen Seegemühlen! Unser Land versinkt im Schatten! So, von der Aufteilung her! Unser Land versinkt im Schatten! Der Reich ist unter uns Männer! Weg, 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 weg! So, ein paar Bonk-Schützen hinterher! Wir müssen unser Land verteidigen! Verteidigt dieses Land! Treibt sie zurück! Menschen der Rittermark! Vorwärts! So, gleich mal ein Heel! Wir müssen unser Land verteidigen! Reiter der Bahn! Und lasst uns ausjagen! Haltet die Augen offen! Wir haben ein neues Gehöft! Wir sind bereit zu kämpfen! Unser Land versinkt im Schatten! Scheint in Deckung, Männer! Für Herr und Land! Na, dauert noch, dauert noch! Ich mach mal ein Nebentor! Wir wissen, was zu tun ist! Unser Land versinkt im Schatten! Ja, unser Land wird belagert! Mögen Sie hier verfaulen! Ich bin bereit! Mir nach! Achso, äh, Mary, du kannst hierbleiben! Das Gehöft ist fertig! Dich brauchen wir tatsächlich nicht! Dies ist unsere Stunde! Furt! Haltet die Augen offen! Auf, auf! Wir sind bereit zu kämpfen! In Deckung, Männer! Ja! Dies ist unsere Stunde! Okay, ein Trupp noch, ab dann kommen die Bogenschützen! Und die Reiterschilde, die können wir tatsächlich schon mitnehmen! Männer, Rohans! Mutig voran! Ha! Wir müssen unser Land verteidigen! Treibt sie zurück! Lasst uns Ortsjagen! Sie greifen an! Der Feind hält dies Land besetzt! Uh, Troll! Troll! Dies ist unsere Stunde! Wir müssen unser Land verteidigen! Wir müssen unser Land verteidigen! Männer, Rohans! zu kämpfen! Da sind sie! Sie haben angegriffen! Lasst uns Ortsjagen! Alter, wie viele Trolle hat der? Sie greifen den Vorposten ab! Die Schlacht wartet! Erschießt sie! Macht euch Kampen bereit! Schießt, schießt, schießt! Worauf wartet ihr? Oh Gott! Knappe Kiste! Okay, ich lock die Trolle ran! Die Schützen können draufschießen! Hallo? Die wollen irgendwie nicht! Oh, oh, hallo! Macht euch kampfbereit! Männer, Rohans! Rohirin! Sie greifen den Vorposten ab! Angriff! Ha! Menschen der Rittermarsch! Rohirin! Unser Land besinkt im Schatten! Unsere Truppen werden angegriffen! Folgt mir! Da sind sie! Menschen der Rittermarsch! Wir Hobbits müssen zusammenhalten! Halt deinen Maul, Mary! Die Schlacht wartet! Rohirin! Wir sind hier, unser Land zu schützen! Vorwärts! Verteidigt dieses Land! Holt eure Waffen! Die Schlacht wartet! Macht euch kampfbereit! Bleibt wachsam! Lasst uns Orks jagen! Werden wir uns auf der Luft unterlagern? Sagt hast du! Mögen sie hier verholen! Reiter der Mark! Ha! Dies ist unsere Stunde! So, machen wir die hier schon mal weg! Wir sind hier, können keine weiteren Einheiten befehlen! Okay, Truppenlimit, sehr gut! Dann jetzt die Reiterschilde! Wir sind jetzt bei 10 Minuten! Also ich glaube, wir können wirklich zwei Gefechte pro Aufnahme machen! Sollte drin sein! Das muss der Feind sein! Jetzt steht das Herr auch wieder! Dann geht das alles ein bisschen schneller in der nächsten Runde! Macht euch kampfbereit! Da wird dann bloß noch drüber gebügelt! Die Schilde für die Reiter sind hier! Bleibt wachsam! Holt eure Waffen! Reiter der Mark! So, noch eure Schilde! Da war die Stimme gerade kurz am Abkacken! Wir haben sie wieder geholfen! Reiter der Mark! Fieher! Oh, Heeren! Wir müssen unser Land verteidigen! Die Schlacht wartet! Sie haben angegriffen! Macht euch kampfbereit! Lasst uns an uns jagen! Verteidigt dieses Land! Habt ihr jetzt alle Reiterschilde? Jo! Okay! Dann machen wir jetzt Ende! Macht euch kampfbereit! Öh! Mögen sie hier verfaulen! Brechen wir auf! Weiter, weiter! Reiter der Mark! Reiter der Mark! Wir werden angegriffen! Unser Vorposten wird angegriffen! Oh! Bestraft alle Feinde Rohrhoffs! Das sind wieder Runen, Soldaten! Folgt mir! Jagt sie aus diesem Land! Bestraft alle Feinde Rohrhoffs! Lasst uns Orks jagen! Fordert dieses Land zurück! Für den König! Mögen sie hier verfaulen! Lasst uns Orks jagen! Sie haben uns schon zu lange verspottet! Mögen sie niemals hier! Wir sind im Schatten! Menschen der Rittermark! Reiter der Mark! Bestraft alle Feinde Rohrhoffs! Rohrhoffs darf nicht untergehen! Der Feind hat bereits sein Lager aufgeschlagen! Wir werden angegriffen! Reib sie zurück! Reiter der Mark! Sie haben uns schon zu lange verspottet! Oh! Ja gut, die machen aber jetzt meine Reiter weg! Was soll's? Holen wir einfach neue! Rohrhoffs! Wenn die überhaupt noch rauskommen! Menschen der Rittermark! Rohrhoffs! Ich glaube, das könnte eng werden! Reiter der Mark! Jagt sie aus diesem Land! Das Gehöft ist fertig! Na? Schaffen sie es noch? Ihr müsst euch jetzt beeilen! Ich glaube nicht! Oder? Oh doch! Sie haben es noch geschafft! Haben die noch irgendwo was? Die haben irgendwo noch was! Die sind noch nicht besiegt? Wir reiten! Okay! Na gut, dann mache ich vielleicht doch noch eine Schmiede! Rohrhoffs! Los! Verteid! Wo haben die denn noch was? Ach, hier hinten wahrscheinlich! Verteid! 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 Oder irgendwo wieder aufgebaut! Das könnte natürlich auch sein! Ich habe die Augen offen! Rohrhoffs! 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 Wir müssen unser Land verteidigen! Ja! Wir reiten! Da sind sie! Wegen den Sägewerken? Ernsthaft? Lasst uns Ortsjagen! Sind wir sicherheitshalber vielleicht noch mit ein? Haltet die Augen offen! Das Land muss befreit werden! Okay, kleinen Moment! Ich möchte noch kurz die Schilde haben! Äh, beziehungsweise die Rüstung! Oh Gott, die brauchen aber ganz schön lange! Haltet die Augen offen! Unser Land versinkt im Schatten! Die schwere Rüstung ist fertig! Die Schlacht warten! Holt eure Waffen! Menschen der Rittermarkt! Okay, die klingen auf die pfeife ich glaube ich wirklich! Die kann ich in der nächsten Runde auch noch machen! Ja! Vorwärts! Was ist denn mit euch? Ne, das waren nicht die... Ach hier! Na gut, dann... Dann haben wir die Klingen jetzt auch noch! Was soll's! Hier haben die sich eine Base aufgebaut, die kleinen Schweine! Wartet! Rohirrim! Lasst sie nicht durch! Reibt sie zurück! Reiter der Mark! Reiter der Mark! Sie haben angegriffen! Rohan darf nicht untergehen! Haltet nach dem Feind Ausschau! Wir müssen unser Land verteidigen! Bleibt wachse! Haltet die Augen offen! Haltet eure Waffen! Rohirrim! Wir werden uns immer an diesen Art erinnern! Immer noch nicht? Wo haben die denn noch was? Ist doch jetzt nicht euer Ernst! Wo denn? Vorwärts! Folgt mir! Oder jetzt wieder wegen den Kack-Sägewerken! Nee, oder? Wenn die Base weg ist, dann haben die nix mehr! Ich nehm hier jetzt alles ein! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Gut, zeigt euch! Es müssen die Sägewerke sein, oder? Die haben ja hier nix weiter! Ist doch nix mehr! Oder ist hier hinten noch irgendwas? Schnell! Ich glaub' man da halt nicht... Hier unten könnte halt auch noch was sein, theoretisch. Rohan darf nicht untergehen! Rohirrim! Wir müssen unser Land verteidigen! Die Schlacht wartet! Rohan darf nicht untergehen! Holt eure Waffen! Holt eure Waffen! Wir müssen unser Land verteidigen! Beeilen wir uns! Reiter der Mark! Das Gehöft ist fertig! Ja! Wo seid ihr? Die Schlacht wartet! Vorwärts! Brechen wir auf! Aber ich denke, ich das... Okay, ja, wir sind mit fünf Bataillonen aufgestiegen. Sehr schön. Haltet die Augen offen! Was sollen wir tun? Wir müssen unser Land verteidigen! Unsere Feinde haben das Land besetzt! Reiter der Mark! Reiter der Mark! Unser Land versinkt im Schatten! Schaut euch um mich! Folgt mir! Männer Rohans! Ja! Ja! Komm, hier kann jetzt nichts mehr sein! Auf, auf! Reiter der Mark! Wir reiten! Ist doch nichts mehr! Bleibt wachsam! Unser Land besinkt im Schatten! Wir haben das Schlager des Feindes gefunden! Ach, hier! Am Arsch der Welt! König! Frau Hirin! Eine Zitadelle steht noch! Dies ist unsere Stunde! Haltet die Augen offen! Bleibt wachsam! Mögen sie niemals wiederkehren! Endlich! Dieser Sieg wird unvergessen bleiben! Okay, das hat sich jetzt doch ein bisschen gezogen! 20 Minuten waren wir jetzt drin! Naja, jetzt haben wir aber die Armee ausgehoben! Jetzt ist wirklich nur drüber spielen! Das kriegen wir hin! Die Länder Mittelerdes müssen gerettet werden! Wir gehen weiter! Anorien in Mündung der Endwasser! Komm, wir gehen nach Anorien! Anorien, das Land am Fuße der Weißen Berge, stand lange Zeit unter dem Schutz Minas Tiriths! Besiegt alle Truppen Mordos! War schon wieder alles, was es dazu zu sagen gibt! Okay, selbes Spiel, er geht wieder rein! Wir müssen die Welten! Mary, du gehst auch auf die Mauern! Wir werden unseren Mut beworfen! Möge dies ein rumreicher Tag sein! Haltet die Augen offen! Haltet die Augen offen! Reiter der Mark! Da sind sie! Warge! Ganz in der Nähe! Holt eure Waffen! Unser Land versinkt im Schatten! So, luke dicht! Der Feind ist unter uns Männer! Bleibt Wasser! Dies ist unsere Stunde! Schlaft alle Feinde Rohrhards! Unsere Feinde haben das Land besetzt! Macht euch Kampfbereit! Geilter der Mark! Macht euch Kampfbereit! Oh, Hirim! Macht euch Kampfbereit! Oh, okay, sehr viele Haradrim hier! Menschen der Ritter Mark! Hier treibt sich Wange herum! Beheilen wir uns! Wir reiten! Reibt sie zurück! Okay, hier sind Reiter echt nicht so praktisch gerade! Warum haben die denn jetzt hier nur Ruhensoldaten? Verteidigt dieses Leid wachsam! Hier schießt, schießt, schießt! Warge, ganz in der Nähe! Schnell! Da sind sie! Mögen sie hier verfaulen! Ah, ja, ja. So kriegen wir sie auf jeden Fall. Jetzt können die Nahkämpfer nämlich hier schön von hinten rein. Jetzt ist unsere Stunde! Oh, Hirim! Da sind sie! Pfeile los! Da sind sie! Rohan darf nicht untergehen! Oh, okay! Mögen sie hier verfaulen! Mögen sie hier verfaulen! Wie war das noch gleich? Wir spülen da einfach nur drüber? Menschen der Ritter Mark! Ich glaube, es ist wohl eher andersrum. Die Schlacht wartet! Dies ist unsere Stunde! Holt eure Waffen! Macht euch kampfbereit! Bleibt wachsam! So kann ich jetzt bitte diesen Vorposten hier zerstören. Bitte! Wirklich! Zurück! Dies ist unsere Stunde! Na, jetzt sieht gut aus. Wir gehen rein. Holt eure Waffen! Ha! Anhalt abbrechen! Sie greifen an! Erschießt sie! Lass uns keinen am Leben! Lauft, lauft, lauft! Nehmt ihre Flanke! Werft sie alle nieder! Wir haben ein neues Gehör. Holt eure Waffen! Haltet die Augen auf! Attacke! Männer Rohan! Dies ist unsere Stunde! Komm, 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 komm! Holt eure Waffen! Ah, was macht ihr? Seid ihr verrückt? Ja! Da sind noch mehr! Verteidigt dieses Land! Bestraft alle Feinde Rohan! Ach stimmt, die können ja keine... Hm, das ist doof. Sie haben angegriffen! Holt eure Waffen! Rohan kann ja gar keine Festungen bauen! Die Schlacht wartet! Der Feind hat dies Land besetzt! Der Feind ist hier! Schlagt Alarm! Reitretter war uns! Wir haben sie niedergeworfen! Männer Rohan! Macht euch kampfbereit! Alter, das sind so viele Ruhensoldaten! Das ist nicht cool! Der Feind! In Deckung Männer! Reitter der Mark! Dies ist unsere Stunde! Sie haben angegriffen! Folgt mir! Was macht ihr? Schießt! 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 Bitte, 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 schnell! Ah! Übel! Reitter der Mark! Unsere Festung wurde zerstört! Reitet aus! Bitte, reitet! Reitet! Brechen wir auf! Rohirin! Die Schlacht wartet! Lasst sie nicht durch! Die Schlacht wartet! Männer Rohans! Bestraft alle Feinde Rohans! Angriff sie! Arme angegriffen! Brechen wir auf! Da sind sie! Lasst keinen am Leben! Werft sie alle nieder! Die lassen sich so abfrühstücken! Lasst das doch mal! Erschießt sie! Zurück! Rohirin! Männer Rohans! Lasst keinen am Leben! Bleibt wachsam! Nehmt ihre Flanke! Die Schlacht wartet! Rohirin! Haltet die Augen offen! Angriff hier! Abbrechen! Feuert! Ja! Pfeile! Wir müssen unsere Lampen verhalten! Reitern sie zurück! Reichter der Mark! Wir müssen sie hier verholen! Abbrechen! Na okay, die machen mir zwar meine Stützpunkte weg, aber wenn deren Hauptbase kaputt ist, dann haben wir schon mal viel gewonnen. Auf! Raus! Den Feind vernichtet! Menschen der Rittermarken! Bleibt wachsam! Bleibt wachsam! Wir müssen unser Land verteidigen! So, jetzt noch einen schönen Heal rein da. Haltet die Augen! Rohans! Oh, 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 ey! Nicht rausrennen! Bitte, bitte nicht! Holt eure Waffen! Bleibt wachsam! Haltet die Augen offen! Holt eure Waffen! Unser Land versinkt im Schatten! Haltet die Augen offen! Rohirin! Erschießt sie! Schießt, schießt! Worauf wartet ihr? Braucht ihr alle eine extra Einladung, oder was? Oh, ich brauch Ressourcen. Ich brauch dringend Ressourcen. Oh, 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 jetzt kommen sie alle rein hier. Aber schön Stück für Stück. Gefällt mir. Ich mach mal Luke zu. Werden angegriffen. Sie greifen das Lager an. Feile los! Haltet die Augen offen! Bleibt sie zurück! Okay, jetzt noch einen schönen Turm. Haltet die Augen offen! Lasst uns auszuhalten! Ich könnte jetzt theoretisch noch mehr Rohirin holen, ne? Hm. Warum nicht? Wir müssen unser Land verteidigen! Das Gehöft ist fertig! Bleibt Wasser! Lasst uns auszuhalten! Was sollen wir tun? Okay, wir könnten jetzt Ends holen, aber wir warten auf jeden Fall noch. Kombiniere Freisassen und Bauern. Okay, ja, das krieg ich nicht hin. Ich möchte keine Bauern. Und Freisassen eigentlich auch nicht. Ich will hier nicht ewig rumeiern. Männer Rohans! Haltet die Augen offen! Wir können die Stallung und die Augen offen! Rohan darf nicht untergehen! Stimmt, ein Brunnen wäre auch nicht schlecht. Ein Brunnen wäre auch echt nicht schlecht. Holt eure Waffen! Dies ist unsere Stunde! Oh, das schießen nicht alle. Oh, die haben ja nicht wieder eingenommen. Krass. Ach, das war's schon, ja? Das war schon Limit jetzt. Na gut. Ist hier noch irgendwo eine Festung? Wahrscheinlich hier oben. Hier ist auch nix. Boah, haben die sich denn schon wieder verkrochen? Es ist so ekelhaft manchmal. Ist hier unten irgendwo noch was? Warte, da oben geht's noch weiter. Unser Land versinkt im Schatten. Die geschmiedeten Klingen sind fertig. Rohirrim! Verteidigt dieses Land! Haltet die Augen offen! Unser Land wird verneidert! Macht euch Kampf bereit! Lasst uns Orts jagen! Verteidigt dieses Land! Hier ist halt einfach nix mehr. Wo? Das kann nur noch hier unten sein. Der steht da immer noch? Schießt das Ding nicht? Wachsam! Reiter der Markt! Ja! Haltet die Augen offen! Reiter der Markt! Hötet den. Unsere Truppen werden angegriffen! Für Herr und Land! Bestraft alle Feinde! Unser Hand wird belagert! Macht euch Kampf bereit! Verteidigt dieses Land! Ha! Erschießt sie! Wir müssen unser Land verteidigen! Ja! Ha! Irgendwo hier unten kommen die noch her. Beeilen wir uns! Bleibt wachsam! Elbenkrieger! Hinterlasst keine Spuren! Haltet die Augen offen! Zieht eure Waffen, Elbenkrieg mit Pfeilen! Reiter der Markt! Wir müssen unser Land verteidigen! Reiter der Markt! Hier ist auch bloß so ein komisches Segelwerk. Männer Rohans! Menschen der Rittermarkt! Verteidigt dieses Land! Wir werden angegriffen! Ach, hier! Rohan darf nicht runtergehen! Jagt sie aus diesem Land! Menschen der Rittermarkt! Mögen sie hier verstoßen, Männer! Rohirin! Bleibt wachsam! Auf, auf! Haltet eure Stellungen! Bestraft alle Feinde Rohans! Angriff abbrechen! Haltet die Augen offen! Keine Menschen der Rittermarkt! Sie haben uns schon so lange verspottet! Unsere Truppen werden angegriffen! Feuert! Rohirin! So, jetzt aber! Wartet! Lasst uns Orks jagen! Mögen sie niemals wiederkehren! Jawoll! Da haben wir's! Okay, 33 Minuten geht tatsächlich für zwei Skirmisch-Gefechte! Die Helden Mittelerdes haben gesiegt! Okay, nochmal schön Rohstoffe! Die Mächte des Bösen ziehen weiterhin plündernd und brandschatzend durch Mittelerde! Ich würd sagen, wir gehen einfach mal mit der Armee Rohans weiter, wa? Jetzt, wo wir grad auf dem Vormarsch sind, warum nicht? Dann können wir hier einfach mal durchrushen! Hier müssen wir noch hin, nach Fangorn, über die Volt! Dann können wir hier nochmal, oben den Düsterwald! Ich glaub, das ist ganz gut! Dann gehen wir mit Gondor einfach den Weg hier unten! Ich glaub, das passt! Aber gut! Das in der nächsten Folge! Für heute soll's erstmal reichen! Ich bedanke mich fürs Zusehen! Hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein! Und bald kommt auch das große Finale am Schwarzen Tor! Bis dahin! Bye, bye!